Aber alles in allem tolle Reise. Echt, von Flensburg nach Garmisch. Wird sich riesig an, war aber irgendwie doch einfach. GoPro 10 ist natürlich auch wieder am Start. Hier habe ich natürlich nicht weggeschmissen. Der Wind legt langsam zu. Man merkt es. Also Deutschland sollte sich verschämen. Leute, gibt es besseres? Ich glaube, ich kaum. Alles neu. Das freut mich jetzt. Hier war ich so ein bisschen gefangen. Gefangenen Else. Wir sind immer noch gut nach 135 Kilometern, Leute. Vielleicht ein Eis oder so. Da habe ich schon damals drum getanzt. Voll dieser Sintal. Dieses Sintal war echt klasse. Wow, das war ein toller Radweg. Hat mir sehr gut gefallen. Der Titel Deutschlands schönste Altstadt kann man schon sagen. Ich habe es geschafft. Ortseingangsschild. Und nochmal ein Siegerradler zum Schluss. Tschüss. Echt? Vielen Dank.